Zu unserem Mediengespräch begrüße ich heute wieder den Chefredakteur des Neuen Deutschland, Tom Strohschneider. Wir hatten uns ja verabredet, heute den Konfliktherd Ukraine näher zu beleuchten. Eine der letzten Meldungen kommt von der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti. Ihr zufolge soll der ukrainische Präsident Poroschenko einer Föderalisierung der Ostukraine eine Absage erteilt haben. Das durch das Kiewer Parlament verabschiedete Gesetz über einen Sonderstatus der Ostukraine habe nichts mit einer Föderalisierung zu tun, erklärte er am Wochenende. Was bedeutet denn diese Absage konkret und hat sie eventuell Folgen für die vereinbarte momentan geltende Waffenruhe? Ich glaube, man muss in dieser Frage sehr genau hinschauen. Es ist dieser Konflikt in der Ukraine ja nicht zuletzt ein Konflikt um Begriffe und ihre Deutung. Wenn Poroschenko sich jetzt auf den Standpunkt stellt, es solle keine Föderalisierung sein, er aber zugleich doch es für möglich hält, dass man Dezentralisierungsprozesse vorantreibt, dann wird aus der Ferne der Unterschied ja gar nicht so schnell deutlich. Ich glaube, die Kiewer Regierung, die im Übrigen da auch nicht immer mit einer Stimme spricht, hatte Sorgen, was die Souveränität der Ukraine insgesamt angeht. Und die Absage an Föderalisierungstendenzen soll wohl noch einmal deutlich machen, dass zwar die Abgabe von Macht mehr an Selbstbestimmung, auch besondere Rechte, zum Beispiel was die russische Sprache angeht, für die Ostukraine möglich sind noch in diesem Prozess, den wir momentan erleben. Dass es aber nicht darauf hinauslaufen kann aus Sicht der Kiewer Regierung, dass die Ostukraine einen Status der Unabhängigkeit erreicht, wie es sich einige in der Ostukraine vorstellen, meines Erachtens aber auch beileibe nicht alle. Ja, wie bewerten Sie denn nun diese dreiwöchige Waffenruhe? War es eine Waffenruhe? Es ist schwierig, den Begriff Waffenruhe zu verwenden, wenn täglich Menschen sterben. Es ist in der Tat so, dass die Waffen nicht geschwiegen haben. Sie haben auf beiden Seiten nicht geschwiegen. Es ist furchtbar schwierig aus der Distanz, selbst für uns, die wir versuchen, nicht nur eine Seite zu hören, sondern von wirklich allen Seiten Informationen zu bekommen, die Lage konkret einzuschätzen. Ich muss auch ganz ehrlich meinem Eindruck hier Raum geben, dass diejenigen, die in Weißrussland diesen Friedensprozess verhandelt haben für die ukrainische und für die ostukrainische Seite, wahrscheinlich gar nicht alle Truppenteile, die da unterwegs sind, noch völlig unter Kontrolle haben. Wir haben es mit Berichten zu tun gehabt in der Vergangenheit über, ich will sie mal Freischerler nennen, die mit nationalistischen oder rechtsradikalen Hintergründen auf Seiten der Kiewer Regierungstruppen unterwegs sind. Wir haben aber auch deutliche Unterschiede in der Bewertung dieses Prozesses auf der Seite der Aufständischen in der Ostukraine gesehen. Da gibt es auch etwas gemäßigtere Gruppen. Ich habe manchmal einen gewissen Groll, wenn in der westlichen Öffentlichkeit über diesen Konflikt so berichtet wird, als wenn es ein Konflikt auf dem Schachbrett wäre. Es leiden unglaublich viele Leute darum. Wir sind inzwischen bei über dreieinhalbtausend Toten. Es ist ein Krieg in Europa, ein Bürgerkrieg, in dem Großmächte ihre Hände im Spiel haben. Die Seite derer, die davon betroffen sind, von diesen Auseinandersetzungen, wird aber oft etwas hinter den eigentlichen Schlagzeilen verborgen. Mit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts hatte man so ein bisschen den Eindruck, als stünden sofort alle Seitengewehr bei Fuß. Teilweise konnte man sogar glauben, dass die am Konflikt auch mittelbar beteiligten Parteien regelrecht auf einen Startschuss gewartet haben. Seither haben wir eine völlig undurchsichtige Knäuelbildung. Und vielleicht können Sie uns helfen, die Knäuel wenigstens etwas zu entwirren. Warum ist dieses Land in unserer Nachbarschaft politisch wie ökonomisch so außerordentlich interessant? Es ist gar nicht so einfach, sich der Verlockung von Einseitigen, von Schwarz-Weiß-Bildern zu entziehen, weil die natürlich gerade bei einem solch komplizierten Konflikt die Sicht auf die Dinge scheinbar einfacher machen. Ich will es mal versuchen. Ich glaube, es gibt drei unterschiedliche Ebenen in diesem Konflikt. Die eine ist eine innerukrainische. Es ist in der Tat so, dass es eine innerukrainische Geschichte von Protestbewegungen gegen Korruption, Oligarchenmacht etc. gibt. Ich finde auch, dass man von hier aus diese Versuche der Proteste nicht kleinreden soll. Man sollte ihnen aber auch nicht immer gleich das Label pro-europäisch oder so anhängen. Zumal dann nicht, wo wir ja sehen, dass die Protestbewegung in der Ukraine sich sehr schnell radikalisiert hat, sehr schnell der Einfluss von rechten Kräften sehr, sehr groß geworden ist und die, sage ich mal, kritisch fortschrittlichen Kräfte dort auch teilweise sehr stark an den Rand gedrängt wurden. Das hat zu einer schweren Regierungskrise geführt, die letztendlich durch den Sturz von Janukowitsch beendet wurde. Die große Frage ist natürlich, ist das schon ausreichend, um diesen Konflikt zu begreifen? Ich würde deswegen noch zwei etwas größere Prismen vielleicht an die Wand schärfen. Das eine ist, wir haben es hier mit einer Auswirkung eines langen Konfliktes zwischen dem russischen Interessensgebiet und dem westlich NATO-orientierten Interessensgebiet zu tun. Das westliche Bündnis hat unmittelbar ab 1990, 1991 versucht, in den sogenannten post-sowjetischen Raum vorzustoßen. Da sind ewig viele Zusagen gegenüber Moskau gebrochen worden. Immer weiter hat die NATO ihr Einflussgebiet zulasten Russlands erweitert. Russland ist da auch auf eine Weise in eine Rolle des Reagierens, der Reflexe gebracht worden. Und wenn ich das sage, dann soll das gar nicht die Fehleinschätzungen, die es in Moskau gegeben hat, kleinreden. Die hat es natürlich auch gegeben. Aber ich glaube, im Wesentlichen müssen wir sehen, dass wir auf einer Ebene, wo die NATO eine Rolle spielt, in der es auch unterschiedliche Ausdifferenzierungen von Interessen gibt, wo die EU eine Rolle spielt, in der auch nicht alle mit gleicher Stimme sprechen und es gleichzeitig in Russland ja auch verschiedene Wege gibt, die man gehen könnte, dass es dort eine Konfrontation gegeben hat, in der sich nun leider die Falken durchgesetzt haben. Die glauben, mit einer Zuspitzung der Lage sei eine Entscheidung, die Ukraine näher an den Westen, näher an Europa heranzurücken, leichter möglich. Ich glaube aber, und das, finde ich, spielt in der gesamten Diskussion über den Ukraine-Konflikt nur eine Randrolle, was mich wundert. Es ist hier auch ein Kampf um Energie im Gange. Das sind nicht meine eigenen Worte. Das hat eine berühmte Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Claudia Kempfer, so formuliert. Es ist also auch jetzt nicht notwendigerweise irgendein linksradikaler Blickwinkel. Aber man muss sich einfach vorstellen, zu einer Zeit, als wir von dem Ukraine-Konflikt in seiner gegenwärtigen Form noch gar nicht sprachen, hat Victoria Nuland, die durch ein berühmtes FAK-EU-Telefonat, was abgehört worden ist, berühmt wurde, schon auf die Frage der Unabhängigkeit der Ukraine vom russischen Gas mal hingewiesen. Es gab aus den USA schon weit im Jahr 2013 deutliche Signale, wo teilweise unter der Sponsorschaft von großen Gas- und Ölkonzernen wie Chevron und Exxon auf die Frage des ukrainischen Gases hingewiesen worden ist. Gleichzeitig aber auch die US-Seite ein großes Interesse hat, die großen Vorkommen an Fracking-Gas, die da mittlerweile produziert werden, für den europäischen Markt ins Spiel zu bringen. Und der europäische Markt wird momentan vor allen Dingen aus Russland beliefert. Hier geht es schlicht und einfach um eine Neuordnung im Energieregime. Und in dieser Situation werden auch einige Ausdifferenzierungen, die es gibt, zum Beispiel Risse im westlichen Lager leichter erklärbar. Ja, und mit dem Ausbruch des Konflikts begannen ja auch, wie ich einschätze, gewaltige mediale Angriffe. Alle Seiten schalteten von einem auf den anderen Tag um, auf die berühmte Schwarzmalerei, die wir ja alle noch aus dem Zeitalter des Kalten Krieges gut kennen. Für mich ist unter anderem auch die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten hier in Deutschland nahezu unerträglich. Die haben sich offenbar von einer objektiven Berichterstattung fast nahezu zurückgezogen. Meine Frage, was tut sich da im Moment in der deutschen Medienlandschaft? Es tun sich zwei ganz interessante Dinge. Also zunächst will ich sagen, dass sehr kritische und in dem Bemühen, den Konflikt zu verstehende Berichterstattung natürlich auch im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen war in den letzten Wochen und Monaten. Wir müssen aber auch von anderen Erfahrungen berichten, wenn etwa der Chef einer rechtsradikalen Bande es im Deutschlandfunk über einen längeren Zeitraum ermöglicht wird, seine Auffassung darzulegen und daher kaum kritische Nachfragen hinterher hat. Wir haben jetzt gerade eine Diskussion über einen ZDF-Bericht, in dem Nazi-Symbole von irgendwelchen auf der Regierungsseite der Kiewer Regierung kämpfenden Freischalern gezeigt werden, ohne dass das irgendeine kritische Einordnung erfahren hat. Dann muss man sich schon fragen, ob nicht in einer gewissen Weise des vorauseilenden Gehorsams, vielleicht auch der Reaktivierung antisowjetischer Reflexe aus der Vergangenheit, und man zunächst einmal die einfachste aller Interpretationen, nämlich der Putin ist an allem schuld, zum Hauptgegenstand der Berichterstattung gemacht hat. Das ist ein Eindruck, der aber deswegen auf eine gewisse Kritik gestoßen ist, die man auch nicht damit weg erklären kann, indem man behauptet, russische Staatsblogger würden hier versuchen, die öffentliche Meinung durch ihre unter falschem Namen abgegebenen Kommentare zu korrigieren. Nein, es gibt eine signifikante Skepsis und auch ein gewisses Unwohlsein mit der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt. Und inzwischen ist es ja auch auf der Ebene der Politik angekommen. Wir haben Auseinandersetzungen über die Frage, wie denn im ZDF oder in der ARD über den Ukraine-Konflikt berichtet wird. Und ich will mal bei aller Kritik daran in dem Ganzen etwas Positives sehen, wenn dadurch eine Diskussion zustande kommt über die Frage, wie ein ja ohnehin stark parteipolitisch imprägniertes Staatsfernsehen, was es hierzulande eben als öffentlich-rechtliches auch gibt, politisch berichtet. Wenn es darüber jetzt eine Diskussion gibt, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja auch nicht mit einer Stimme sprechen, sondern unterschiedliche Auffassungen haben, plötzlich stärker beteiligt werden, wenn es ein höheres Maß an Transparent- und Kritikdurchlässigkeit gibt, dann ist dem in gewisser Weise auch was Gutes abzugewinnen. Ich habe jetzt gehört, der ZDF-Chefredakteur hat auf Kritik hin, was die Berichterstattung seines Senders über den Ukraine-Konflikt erklärt, das russische TV-Macher-Regierungspropaganda. Da ist sicherlich was dran, aber das ZDF sollte vielleicht vor der eigenen Tür auch ein bisschen kehren. Ja, das meint jedenfalls der Chefredakteur des ND, Tom Strohschneider. Und bei dem bedanke ich mich für die Auskünfte und sende wie immer beste Grüße nach Berlin. Grüße zurück nach Thüringen.